Die Universitäten nehmen die Lehrerausbildung insgesamt, aber vor allem die MINT-Lehrerausbildung, nicht im Entferntesten so ernst und wichtig, wie sie genommen werden müsste. Das ist eine absolut zentrale Stellschraube. Da müssten erstens die Universitäten und pädagogischen Hochschulen in Baden-Württemberg direkt ansetzen, aber auch die Politik, obwohl sie nicht mehr den direkten Einfluss hat, müsste klipp und klar sagen, ich als Ministerpräsident des Landes X hätte gern, dass meine zehn Universitäten, was Lehrerausbildung anbelangt, gigantisch sich anstrengen, damit wir bessere Lehre kriegen. Ohne Lehre gibt es keine Bildung. Das ist ganz einfach. Die Elternhäuser können das nicht allein. Und die Universitäten kriegen keinen Nachwuchs, wenn wir keine Lehre haben. Eine zweite Stellschraube ist, es ist leider Gottes in Deutschland stärker als in anderen vergleichbaren Ländern so, dass die Startchancen am Anfang absolut ungleich sind. Migrationshintergrund und sozial schwacher Hintergrund verhindern von Anfang an viel zu viel in Deutschland. Was im Übrigen, unabhängig davon, dass es um Menschen geht, die vom Intellekt her natürlich genauso wie die anderen in der Lage sind, das alles zu erbringen, verbreitern wir auch nicht unsere Bildungselite, sondern wir sind dabei, eine Spitze zu produzieren, ohne die Breite richtig auszunützen. Ein dritter Punkt, über den auch für meine Begriffe viel zu wenig gesprochen wird, das ist das Thema Frauen. Wir spielen in Deutschland nach wie vor, auch nach diesem schon erwähnten Innovationsindikator, mit der Hälfte auf der Reservebank. Wenn Sie sich angucken, wie das bei uns ist, schon von der Bildungslandschaft her an den MINT-Fächern, was Frauen anbelangt, und wenn Sie sich das später an den Universitäten und so weiter angucken, dann sind wir im Vergleich zu anderen Ländern weit im Hintertreffen. Auch da rappelt es jetzt etwas in der Kiste, aber der notwendige Orkan fehlt. Und mir wäre es recht und lieb, wenn endlich mal in der Politik über konkrete Stellschrauben, beispielsweise im Schulsystem, gesprochen wird, dass es endlich aufhören muss, dass jede neu gewählte Landesregierung das gesamte Schulsystem umkrempelt, wieder eine totale Unruhe reinbringt, anstatt mal das wenigstens ein paar Jahre laufen zu lassen. Das ist auch etwas, was, und da sieht man natürlich, dass der Föderalismus da gigantische Probleme aufwirft. Wir haben über 2000, das muss man sich mal vorstellen, über 2000 Schulvorschriften in Deutschland, in 16 Ländern. Wir haben einen Kindergarten-Plansalat von 16 Bundesländern, der unbeschreiblich ist. Auch eine zentrale Stellschraube, die moderne Forschung weiß genau, dass je früher Kinder im Kindergarten, im Vorschulalter, im Elternhaus herangeführt werden, vorsichtig über Zahlen, Daten, Naturfakten an ganz bestimmte Dinge, dass das etwas ist, was sich später auch übrigens volkswirtschaftlich völlig anders auszahlt. Das kann man heute ja alles berechnen. Da fehlt mir sozusagen die Hinwendung der Politik zu den zentralen Stellschrauben. Haben Sie schon mal gehört von irgendeinem Politiker, dass das mit der Lehrerausbildung nicht funktioniert? Wissen Sie, warum er das nicht sagt? Das sagt er deshalb nicht, weil er natürlich entweder sagen muss, ich habe in meinem Land eine schwache Ausbildung oder er muss sagen, der andere ist besser. Das sehen Sie wieder im föderalen System. Die machen sich gegenseitig Konkurrenz oder sagen nichts, weil sie die Konkurrenzsituation fürchten müssen. Wenn Sie ans Bildungssparen in Deutschland denken, dann hat es ja nur dann eine Zukunft, wenn sozusagen zwei, drei Säulen zusammenkommen. Bildungssparen bedeutet, dass der Einzelne für seinen Sohn, für seine Tochter, für seinen Enkel, ich beispielsweise für meine fünf Enkel, durchaus bereit bin, da etwas einzubringen. Ich bin aber natürlich bereiter, wenn etwas anderes dazukommt, nämlich wenn der Staat entweder auch was dazugibt oder sagt, ich gebe was dazu durch Steuererleuchterungen. Wenn du beispielsweise so und so viel ansparst, dann kriegst du die und die Steuererleichterung. Und dann gibt es natürlich das Bildungssparen, das sehr stark mit unternehmerischem Tun verbunden ist. Also ich glaube bei Shell oder Esso ist das der Fall. Die haben dann also das Modell, dass sie sagen, wenn du bei mir tankst und da kriegst du für jeden Liter Benzin, also was weiß ich, einen Cent, der sozusagen auf dein Bildungsguthaben für deinen Sohn oder deinen Enkel oder was weiß ich, eingezahlt wird. Das ist, also wenn die drei Säulen zusammen kämen, ist das das Ideale. Es ist in Deutschland schon deshalb schwierig, weil wir starke auch immer noch soziale Ausrichtungen haben. Die SPD und die Linken kommen natürlich sofort und sagen, das ist typisch, dann wird der Kinkel, der kann sich das leisten, indem er für seinen Sohn und seinen Enkel oder seine Enkel da etwas einzahlt. Wie soll der Arbeiter X selber da irgendetwas aufbringen? Der kann das in der Tat wahrscheinlich nur aufbringen über ein solches mit der Wirtschaft gekoppeltes Sparmodell, das aber wiederum nur dann auch interessant ist für die Firmen, wenn es vom Staat finanziell entweder direkt oder über Steuererleichterungen finanziert wird. Also dieses, da wird sehr viel drüber geredet. In der Praxis ist das schwierig. Eine Firma wie die Deutsche Telekom ist darauf angewiesen, dass sie also sozusagen Nachwuchs bekommt. Und zwar in ganz bestimmten Fächern. Also Ingenieure, gerade also in den MINT-Fächern und so weiter. Und sie hat also ein gewaltiges Eigeninteresse, dass eben nicht 40.000 Ingenieure in Deutschland fehlen, das nicht im Fachbereich, bei den Fachhochschulingenieuren, bei den Technikern und so weiter, sie suchen muss mit der Lupe, dass sie ihre Leute bekommt. Das ist das eine. Das andere ist, dass natürlich die Wirtschaft durchaus erkannt hat, dass sie eine gesellschaftspolitische Verantwortung hat und völlig jetzt unabhängig von der eigenen Bedarfssituation und dem eigenen Interesse eine an der Gemeinschaft orientierte Verantwortung trägt. Und das finde ich gut. Es handelt natürlich immer von den handelnden Personenamt. Wenn da ein CEO ist und ein Vorstand, der also da sehr aufgeschlossen ist, wie beispielsweise bei der Telekom, dann läuft das und da gibt es andere Firmen, die tun gar nichts. Es gibt im Mittelstandsbereich, gibt es tolle Beispiele, nicht, wo also, die ich Ihnen aufzählen könnte, passt jetzt nicht hierher, aber wo also Gewaltiges geleistet und eingebracht wird. Nicht nur über Stiftungen. Das Deutschlandstipendium ist eine ganz tolle Idee. Das hängt aber natürlich davon ab, dass neben dem erklärten und gesetzlich beschlossenen Engagement des Staates, sprich in dem Fall des Bundes, Frau Schawan, ist ja da viel weiter gegangen finanziell, als sie ursprünglich wollte, wenn ein entsprechendes Engagement bei der Wirtschaft da ist. Das ist aber ein praktisches Problem. Und zwar einfach deshalb, weil die Universitäten, die müssen das selber einwerben. Also nehmen wir mal an, die TH Aachen oder die Universität Bonn, die müssen ein eigenes System aufbauen, wo sie also Sponsoren für diese Stipendienbeiträge der Unternehmen suchen. Das ist etwas, was den Universitäten, vor allem den eher geisteswissenschaftlich ausgerichteten, fernliegt. Die technischen Universitäten sind natürlich im Einwerben von Fremdmitteln in dieser Richtung mehr unterwegs als die geisteswissenschaftlichen Universitäten und Ausrichtungen an den Universitäten. Insofern ist das mehr ein Problem der praktischen Gestaltung als, aber es ist eine tolle Idee und worüber ich mich ärgere, das will ich Ihnen deutlich und klar sagen, dass das wieder typisch deutsch, wenn es jetzt am Anfang nicht total läuft, sofort so halb beerdigt wird. Das geht nicht, macht man nicht. Anstatt man mal das wirklich versucht, dieses Modell in Deutschland. Und da ist manchmal Error dabei und manchmal auch ein Problem behaftet, aber es wird in Deutschland zu schnell das Glas immer halb leer und nicht halb voll gesehen. Und da ist manchmal ein Problem. Bis zum nächsten Mal.